Die Abteilung Attacke Sport 1 erinnert an die denkwürdigsten Fäden der Bayern-Bosse. Es war ein Auftritt, von dem Fußball Deutschland noch lange reden wird. Die Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Hasan Salihamidzic laden die Medienvertreter zu einer eigens angesetzten Pressekonferenz, um ihnen die Leviten zu lesen. Eher nebenbei bekamen dabei auch noch Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke, Schalke-Legende Olaf Thun und der frühere Bayern-Spieler Juan Bernhard ihr Fettweg. Zwar sind Rummenigge und Hoeneß sich gerade zuletzt nicht immer einig gewesen, aber bei einem Thema immer, wenn irgendjemand die Bayern angreift oder dem Klub sonst irgendwie nicht passt, gibt's auf den Deckel, und zwar kräftig und öffentlich. Abteilung Attacke heißt das Stichwort. Der Zorn der beiden traf auch schon viele andere, Christoph Daum, Willi Lemke, Lothar Matthäus, Mesu Özil, Fredi Bobic, aber auch mal die eigenen Fans, und sogar den Papst. Sport1 blickt auf die denkwürdigsten Momente der Abteilung Attacke zurück, von Martin Hoffmann Erzähler Martin, Martin Hoffmann, Jahrgang 1981 geboren, in Naumburg, studierte amerikanische Kulturgeschichte, Kommunikationswissenschaften und Po. Punkt. Mehr. Punkt. 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 Punkt.